Hallöchen ihr Lieben, ich melde mich kurz mit einem Video außer der Reihe. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass in meinem Livestream das Spiel gecrashed ist und wir das Ende nicht mehr mitbekommen haben. Ich habe jetzt aber gesehen, es gab einen Fix und jetzt dachte ich mir, ich schaue nochmal rein. Und ich kann euch sagen, ich konnte meinen Spielstand nochmal laden. Ich denke, wir haben trotzdem ein bisschen was an Konversationen am Ende verpasst, aber es gibt noch etwas Kleines, was ich jetzt sehen konnte und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Deshalb schaut jetzt hier meine Aufnahme von gerade eben wirklich nicht lang, aber vielleicht erst kleiner Abschluss von diesem gemeinsamen Ritt durch unseren Garten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem kleinen 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 Clip. In diesem Sinne, wir sehen uns demnächst wieder. Bye bye! Hey there! Amazing party last night. Thank you for hosting. I think we all needed that. I wanted to give you this. It's a copy of the photo you took for all of us. I think it would make a great garden decoration, if you want it to. No pressure. And I wanted to thank you again. I'm really glad I found you to look after the garden. You've done really well with it. I hope you've enjoyed it as much as we've enjoyed having you. And I hope you'll stay on. Gardening is never truly done, right? philosophers. Mmmm. And I'm going to go ahead and turn it right out of krypcerity. Okay. meh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020